Ja, wir haben ja noch Zeit. Easy! Nein! Haben wir nicht! Haben wir nicht? Aber nicht? Was? Wir haben keine Zeit mehr? Nein! Drei Stunden? Easy! Da können wir vorher schnell eine Quest machen. Ja, wir machen doch mal eben eine Fünfer-Quest. Easy! Eine Fünfer-Quest einfach hoch aus. Hoch aus Krankenhaus mit Dach oben. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie es aussah mit den Stachelfallen, aber brauchen wir sowieso nicht. Ist ja egal, ne? Nee, brauchen wir nicht, ne? Die brauchen wir sowieso nicht. So, in der rechten ist eine... Ja, mach so, was ist das? In der rechten Wegbank ist meine Drohnie. Ja. Und hier, da drin. Mua! Ja. Robotik ohne Medizimmod. Und diesen Koffer, den kannst du jetzt da reinmachen. Das ist nämlich eine Viere. Ich hab eine Viere. So, pass auf, guck mal bitte. Ich hoffe, dass das klappt noch. Oh, nee, es schafft man nicht mehr schade. Guck mal hier in die Werkbank, bitte. In die, was ich da angestellt habe. Oh, das ist das Panzerbrechende. Aber einer zu wenig, weil die braucht fünf Schießpulver. 64 Stück Panzerbrechende Munition, Gewehr-Munition. Ja, ich hab 300 angestellt, aber die brauchen noch 22 Minuten. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Oh, ja. So, hatte ich gesagt, für jeden schon mal 100 Schuss. Brauchen wir halt definitiv mehr Schießpulver. So, jetzt baue ich noch Verbandskästen. Ja, den lass ich hier. So. Die lassen wir auch hier. Hallo, Bärlinge. Davon haben wir acht. Verbandskästen brauchte ja was anderes wieder, ne? Aber ich glaube, Essen für die Horde reicht, weil das schaffe ich jetzt glaube ich nicht noch. Ja, ich glaube, das reicht Dicke. Maximal aktiver Drohnen erreicht. Also ich habe auch genug hier drin. Also Essen habe ich auf jeden Fall schon genug hier auch drin. Nein, die Verbandskästen. Verband. Ja. Ich kann die Drohne nicht hinstellen. Wieso kannst du die nicht hinstellen? Maximalzahl aktiver Drohnen erreicht. Ja, dann ist deine in der Nähe. Dann ist deine irgendwo in der Nähe. Wenn du die nicht nehmen kannst, ist deine irgendwo aktiv. Das ist natürlich doof. Vielleicht hängt die irgendwo fest. Ja, das Ding an der Sache, ich bin ja jetzt bis zu der Villa hingefahren. Ich habe es auf dem Radar nur noch nicht gesehen. Aber dann konnte man auch nicht sehen. Warte mal, wo waren wir denn? Wir waren an der Villa und vorher waren wir die Schatzsuche. Und Schatzsuche haben wir gemacht. Aber der ist doch nichts passiert. Wir haben doch nicht geschossen, oder? Nur in der Villa drinnen. Ja, das meine ich ja. Auf der Map zu sehen ist die auf der Map zu sehen, so eine Drohne. Oder kannst du mal gucken. Mach mal. Vielleicht kann man die tatsächlich auf der Map sehen. Mein ist auch schlagartig aufgetaucht, hat Jens gerade geschrieben. Ja toll. Was? Was? Achso. Der Map. Warte mal, ich guck auch mal mit. Vielleicht. Ob nur du die sehen kannst, weiß ich nicht. Ne, es war ja. Und so. Also meine Drohne ist voll mit Medizin. Manu, wenn du brauchst auch noch Medizin. Ein bisschen was habe ich schon in die Drohne gesteckt. Okay. So. Jetzt überlege ich gerade, ganz angespannt habe ich alles. Reparatur-Kids wollte ich noch bauen. Siehste, ich wusste irgendwann. Hier ist unser Hordenturm und hier ist die Villa, wo wir drinnen waren. So. Ich baue auch noch mal ein paar Rep-Kids. Zwei Rep-Kids habe ich gar nicht. Weißt du was, wenn wir mal ausprobieren können? Wo ist denn die Drohne jetzt? In der Suchzeile Drohne eingeben. Die Grit gebaut hat. Wo ist die? In der Werkbank. Die habe ich in der Tasche. Aber die habe ich in der Tasche. Andrina kannst du nicht nehmen. Oder wirst du die wahrscheinlich auch nicht nehmen können. Ich kann sie nicht setzen. Ich habe sie in der Tasche. Sie gehört schon quasi mir. Wir können ja mal versuchen. Achso. Ja. Oder meine. Ähm. Komm mal, komm mal zu mir bitte. Wer ist jetzt hier draußen? Ich. Manu. Komm mal mit. Wir machen, ich tu die mal hier in den Kühlschrank. Ja, warte, ich muss noch mal eben. Ich tu die Drohne mal in den Kühlschrank. Sekunde, ich muss noch mal eben meine Leer machen. Warte, eine Sekunde. Habe ich jetzt, denke ich, das Klebeband? So. Dann mache ich Reparatur-Kids. Äh. Reparatur-Kids. Mach ich mal 30 Stück. So, im Kühlschrank. Ja. Okay. Im linken Kühlschrank. Ja. Was soll ich jetzt machen? Nimm du die. Kannst du die? Dann komm doch mal zu mir. Nimm mal, versuch mal meine Drohne zu nehmen. Wenn ich die jetzt. Aber ich schließe die jetzt. Die ist ja auf, ne? Aufschließt die. Die ist verriegelt. Jetzt ist sie verriegelt? Ja. Ja. Oder? Ja, ja. Dann mache ich sie jetzt auf. So. Jetzt. Jetzt steht verriegelt da. Also. Aber mit dem Kot, ne? Die ist ja verriegelt mit nem Kot. Ne, ne, das wird nicht gehen. Die ist doch hier mit nem Kot. Hm. Ich kann die Drohne nur reparieren und hupen. Dann ist es deine. Ich komm da nicht ran. So, jetzt nimm mal hier. Ne, stopp. Du musst die in die Kiste legen. Manu, so wird das nicht gehen. Ach so, ja, warte. Du musst die in die Kiste legen, dass sie aus der Kiste rausnehmen kann. Nehmen. Nein, das ist Hogwarts. Okay, so. Das ist Hogwarts. So, dann komm mal mit. Komm mal mit. So, wir legen jetzt hier in meine Kiste lege ich die jetzt. Okay. Pockerwurz, ja. Okay. Dann nämlich ich versuch die rauszunehmen. Maximale aktive Drohnen erreicht. Ne, geht nicht, ne? Nein. Du kannst dich nicht abstellen. Nein, weil ich meine Drohne muss irgendwo noch sein. Gibt's doch nicht. Oh, Leute, Leute. Kauft euch Chemist, kommen lausige Zeiten. Ich glaub, da kommt schon wieder eine Freundin. Aber sowas von. Mischen, einschalten. Das sind alles Robotikhammer. Wieso kann ich nicht mischen? Was fehlt mir denn? Ich hab Bier. Ach, Blutbeutel hab ich noch nicht. Blutbeutel. Ja, deine Drohne ist aktiv, weil ich konnte meine jetzt ohne Probleme hinsetzen. Die Frage ist, wo ist er, hä? Ist ja ein Ding. Hm. Aber wieso ist die auf der Karte nicht sichtbar? Oder hast du mal geguckt, ob die oben im, äh... Nein, der kann ja auch nicht. Im Haus ist oder so. Oben, da wo die Schlafsäcke sind oder so, dass die da festgebackt ist. Ne, da würde sie sie ja im Kompass sehen, wenn sie die nicht im Kompass... Und das Problem ist, dass ich sie nicht im Kompass sehe, genau. Ja, ja. Dann ist sie, wenn sie sie nicht im Kompass sieht, ist sie schon ein Stück weiter weg. Aber so, wir waren... Aber so weit... Gut, dann muss ich mich, dann muss ich zusehen, dass ich mich selber heile, wenn es so weit ist. Ja, das würde ich... Die müssen uns ja jetzt auf den Weg machen langsam, ne? Ich würde dir meine ja gehen, aber das bringt ja nichts. Du kannst ja... Ne, ne, ich muss dann ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr laufen. Ich nehme mir jetzt Schrotzen-Muni. Gewehr-Muni. Ja. Schrotzen-Muni, 300, ich brauche mehr. Ja, pack mehr, Alter, musst du schon... Schrotzen-Muni, Gewehr-Muni... Neun Millimeter nämlich auch noch mal zwei Stück. Das ist aber auch anders komisch. Und... Ach, ich habe jetzt wieder so einen Haufen-Kram, was ich gar nicht brauche. Ja, Munition muss ich mir auch gleich noch nehmen. Ich habe auch noch nicht... Ja, das ist natürlich schade, dass du jetzt nicht mitmachen kannst. Ja, das ist wirklich schade. Das ist, ähm, übel, übel. Tja. So. Ich muss aber mal eben ein Wasser holen, das habe ich stehen lassen. Das habe ich aber auch nur noch ein Reparatur-Kit. Da waren aber noch welche, ne, ja. Ja, ich habe, ich bin, ich habe die auch bei mir in der Tasche so noch welche, die habe ich gebaut. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Medizin. Habe ich, habe ich. Antibiotika habe ich nicht, dann nehme ich mir mal. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Gibt's. Gibt's. Gibt's nehme ich auch mal. So. Okay. Okay. Trinken brauche ich noch was. Essen brauche ich noch was. Oh Gott. Ja. Und dann müsste es eigentlich soweit. Zwei Reparatur-Kitzen, wenn mir nicht rechnen. Hat Manu genug Reparatur? Ne, ne, ne. Ich habe hier noch in der Tasche 16 Stück. Ja, dann nehme ich hier nochmal, ich habe dann fünf Stück, das reicht mir. Ja. Dann, dann mache ich das gleich. So, warte mal. Dann kannst du Manu noch was geben, wenn sie jetzt braucht, ne? Ja. Hat Manu neun Millimeter schon, Muni? Ich kann's dir echt nicht sagen. Ich habe ein Stack jetzt mal rausgenommen. Also neun Millimeter müssen wir das nächste Mal auf jeden Fall noch jede Menge herstellen. Ja, ja. Obwohl, ne, ich habe, oder? Ne, ne, brauche ich gar nicht. Ich habe hier noch ein. Traketenpfeffer ohne Muni. Ach so, ja, warte. Traketenpfeffer habe ich mit Muni. Na, aber ich nicht. So, ein paar Pfeilchen. Ich werde auch mal versuchen, die Armbrust wieder, wo habe ich denn hier hingemacht? Bei Waffen sind die, ne? Waffen, Waffen, die Armbrust. 27, okay. Ähm. Die Armbrust. Kompond, Armbrust. Die nehme ich. Ne, das ist die doch nicht. Wo waren die andere? Ach da. Lass den Raketenwerfer hier. Ja, das hatte ich doch schon gemottet. So. Ich werde den nicht mitnehmen. Den Raketenwerfer? Ne. Ja. Da ist, glaube ich, Manu prädestiniert für. Gut, gut, gut. Okay. Reparaturkits lege ich mal noch ein paar wieder in die Teilekiste rein. Hat Manu auch. Genau, das sind jetzt noch zwölf Stück drin, das müsste ja reichen. So. Warte mal, habe ich jetzt. Jetzt muss ich gucken. Schrotflintenmoni brauche ich noch ein bisschen. Moni. 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 Äh. Äh. Da müssen wir noch langsam los, ne? Ja. So Pfeile habe ich. Wo bist du denn? Was ist das denn? Jagdgewehr? Ja, mit der Ruhe. 300, 600, 700 Schuss Schrotze reicht das? Ja. Wo bist du denn? Draußen schon? Nein, in der Küche. Hast du dir was zuerst um zu trinken mitgenommen? Ja. Ähm. Manu, Reparaturkits sind in der Teilekiste, wenn du noch brauchst. Ja. Wie soll man denn mitnehmen? Also ich habe jetzt fünf ein, äh, fünf einstecken. Aber meine sind alle jetzt repariert. Ja. So, ich bin jetzt, gehe jetzt Richtung Motorrad. Das ist bisschen Sprit, die 500 Liter mache ich bei mir rein. Ich bin überhaupt nicht nervös, überhaupt gar nicht nervös. Gut. Wie spät haben wir es denn? Boah, halb acht ist doch noch entspannt. Warte mal, ich brauche noch was zu essen zu trinken. Ich habe ein Maisbrot und fünf Steak mit Kartoffeln. Ja. Aber vielleicht ein bisschen wenig, oder? Hier sind noch Steak, Kartoffeln, hier sind noch Chemsuppe und Penne einen Topf. Ich nehme mal zwei Penne einen Topf. Ich habe auch zwei Penne einen Topf. Genau. Hier ist noch Steak mit Kartoffeln, nehme ich noch einmal. So eine Rührei drin. Warte ganz kurz. Und einen das. Ich nehme von jedem eins und fertig noch was zu trinken. Da ist eigentlich, das glaube ich müsste reichen. Hunger und Durst habe ich aktuell, glaube ich, nicht. Medizin habe ich. Ja, ja. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ist kein Benzin mehr, da müssen wir, glaube ich, nochmal durch. Ich hatte nur noch das in der Tasche. Ich habe vier Bier. Und hier sind auch noch, wenn jemand braucht, Verbandspäckchen drin. Ich habe jetzt zehn mit Verbandspäckchen. Ich habe in der Drohne fünf und ich glaube fünf habe ich auch. Ich denke auch, dass das reicht. Ja, im schlimmsten Falle sterbe ich. Haben wir ja schon. Da bin ich ja jetzt schon geübt für. Hier laufen noch die bessere Munition durch. 200 Schuss sind. Willst du die haben? Warte mal, ich teile mal. Manu, willst du die haben? Nehmt ihr die mal, oder? Warte. Komm her. Ich gebe dir mal 100 Schuss raus. Wo bist du denn? Wir warten schon vor der Tür auf dich. Achso. Gut. Oh, jetzt habe ich eingesperrt statt ausgesperrt. Ach, meine Meinung. Gut. Dann komme ich. Also 100 kannst du abeln. 100 Schuss. Drohne kommt ja hinterher, ne? Ja. War ich denn das Motorrad? Was? Unter dem Baum. Unter dem Baum? Welchen Baum? Unter dem weißen Baum. Da hinten. Ist das Motorrad hingeschmissen? Ja, da ist es jetzt. Ich sehe das nicht. Ach doch, da. Ach, ja. Ich fahre natürlich volle Karakos, weil ich nix sehe. Ah, Hilfe. Wo sind wir? Da sind wir. So. Ja, wir haben ja noch Zeit. Easy. Nein. Haben wir nicht. Aber nicht. Aber nicht. Aber nicht. Was? Wir haben keine Zeit mehr? Nein. Drei Stunden. Easy. Da können wir noch vorher schnell ne Quest machen. Haha. Wir machen doch mal eben ne 5er Quest. Easy. Wie sieht ne 5er Quest einfach hoch aus? Ja. Hoch aus. Krankenhaus. Mit Dach oben. Ja, ja. Mir ist so schlecht. Ist Miri eigentlich da? Noch nicht. Miri ist noch nicht da. Nee. Miri! Miri! Gib Gas! Gib Gas! Genau! Nee, doch. Ich bin richtig gefahren. Was trödelt ihr denn? Ihr seid bummelletzte. Jetzt gibt mal gar. Hatte der Händler heute händlerlich nicht? Na, künellos Gewitter. Hatte heute? Weiß ich gar nicht. Ich hab keinen Plan. Ich geh mal gucken. Natürlich. Die geht erst mal. Warte. Ich hab keinen. Okay. Gibt alles gelootet. Hab nix horte. Rennt dann gleich was? Was? Wer? Er hat keine Waffe. Na ja, dann soll der vielleicht. Solltest du vielleicht für die 30 Minuten aussetzen. Wer hat keine Waffe? Der, der wangt ein. Gar keine? Weiß ich nicht. Nee, morgen ist. Brauch ich nicht. Morgen. Morgen ist. Morgen ist. Morgen ist. Morgen ist. So. Ich sitze. Sehe geschützt. Mein sehe ich. Aber keine. Keine Drohnen. Ja, dass die hier ist. Ich tippe eher auf die Mine oder so. Dass sie sich da verharrt hat. Ja, aber das war ja hier auch. Wir sind am Mordenturm vorbeigefahren. Und irgendwie links davon war dieses. Haben wir geglaubt? Was ist das für ein Brett? Vielleicht haben wir das ein Gubbel? Oder Adrien? Ach so, hier ist ein. Was steht da noch für die? 9 mm aller. Was? Alle fallen repariert. Für die 9 mm alle fallen repariert. Wer war das? Wondai? War das Wondai? Irgendwas holzt hier. Ja, dein Freund. Ich verstehe heute nur wieder Bahnhof. Wer hat 9 mm von uns gekriegt? Ich glaub Wondai. Ich glaub Wondai. Ich glaub Wondai. Ja, beim letzten Mal. Vielen Dank fürs reparieren der Fallen. Super. Cool. Dankeschön. Ja, danke Wondai. Dankeschön. 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 9 mm gegeben. Boah, super. Sind alle repariert. Das ist ja geil. Du kannst dich ja oben auf die Falle raufstellen. Aber es wird, glaub ich, nicht viel. Nee, ich glaub das ist dann doch auch zu langweilig, hm? So, wartet mal. 20 Uhr 46. Ja. Ich muss jetzt, genau. Erstmal Dinge tun. Ich muss jetzt erstmal meinen ganzen Kram durchladen, durchreparieren. So. Das ist nicht meine. Warno, hast du Reparaturkits? Nochmal bitte? Rapkits hast du? Äh, ja. Leute, kommt hier nochmal hoch und gelegt euren Schlafsack hin. Ja, so. Ja, stimmt. Da war ja was. So, warte mal. Ich muss jetzt gucken, wie ich meine Waffen, ähm, sortiere. Du musst reparieren, bevor du es aufheben kannst? Nicht, nicht reparieren, sortieren. Wieso kann ich den nicht aufheben? Dann ist es nicht deiner. Du musst es reparieren, bevor du es aufheben kannst. Wie repariert man denn einen Schlafsack? Ähm, mit, mit Graswischel. Mit was? Du musst reparieren, bei mir steht das aber auch. Boah, dass nur noch Gras ausreißt. Ja, äh, ich bleib mal kurz hier oben stehen, dann reparier ich in der Zeit meine Waffen. Hoh, bitte ein paar Graswischel für mich mit. Sind keine hier in der Kiste? Äh, äh, ich hab... Ich höre eine Schreierin. Was? Wo? Nein, bitte nicht. Also irgendjemand, der läuft. Ja, tatsächlich. Na, nur die folgt dir bis hierher. Das ist ja unglaublich, oder? Ja, aber die, das ist ne ganz andere, warum rennt die? Das ist ne virale. Achso. Was ist denn mit dir los? Werd aber zuschauen. Ja, wenn, ja, ist besser. Na? Ist ja unfassend. Hat jetzt jemand für mich mit dem Graswischel? Ich hab Gras. Hast du auch? Du hast Gras? Okay, genau. Ich pack Gras in... Ich find das gut, dass ein Gras da ist. Gras, Gras. Das müsst ihr mit dem Dings machen, mit dem... Ich hab keinen Hammer. Äh, Axt. Hab ich auch nicht. Hallo Jason. Hallo Jason. Hallo. Kann ich deine? Ich hab... Ach. Das muss man hier selber machen. Jason, Jason, Jason. Oh mein Gott. Was ist da los? Aber ich hab doch... Ah, hier. Ja, okay, warte mal. Braucht ihr noch Gras? Ja, ich brauch noch. Warte, ich hol noch welches. Nein, warte. Ich hab's doch hier. So, fertig. Aus dem Haus. Das klingt nach Back. Alles repariert. Wo ist Back? Wir müssen hier nämlich gleich die Dinger hier wegnehmen, sonst kommen die hier hoch. So, halt. Jetzt können wir das... Ja, zwei werden nicht reich. Warte, ich leg rein, ich leg rein, ich hab welches. Jetzt müsste doch gut sein, oder nicht? Äh, wo ist es jetzt hinten da? 12 hab ich noch reingelegt. Ach, sind wir... Aber ich hab nix zum reparieren in der Tasche. Aber ich hab deinen repariert. Ach, sind jetzt alle repariert? Ja. Oh, super. Okay. Krieg ich jetzt meine Axt wieder? Die ist in der Kiste. Was für ein Durcheinander. Ich hab jetzt gar keinen Kopf mehr. Was, wo ist mein Schlafsack hin? Du liebes Lieschen. Hab ich die nicht grad eingesteckt? Ach, Leute. So, kommt jetzt runter hier. Nein, ich bleib jetzt aus Protest hier oben stehen. Wir müssen die Würfel hier wegnehmen, sonst gehen die hier rein. Warte mal, die Grasbütschel wieder rein. Nein, weil ich muss doch noch sortieren. Ich bin doch nicht fertig. Ich bin nicht bereit. So. Also. Halt doch einer mal die Uhr an. Sie ist noch nicht bereit. Ja. Ja. Aber echt mal. So geht das aber nicht. Schon wieder so. Ein kacken Wetter, ne? Echt mal. Mann. So. Ich brauche den Bogen. Ich brauche die Armbrust. La 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 la. Ich bräuchte mal einen Kaffee. Das ist so. Ich wollte doch mal ein Bier trinken, dann bin ich wieder raus. Unterhebler. So. Hau mal weg. Hier hinterhauen. Ein kleiner Rausch. Oh je. Er verfolgt den Blutmund ausm Lörk. Ich möchte mich hauen. Komm. Halt mal die Wange hin. So. Warte mal. Die muss ich noch reparieren. Wie spät ist es? Schaffe ich es noch mal Pipi zu machen? Nee, schaffe ich nicht mehr. Nein, 15 Sekunden. Nein. Ach Menno. Ich muss doch mal auf Klöche. Wenn ich mir jetzt die Hose mache während der Runde, ne? Ich nehme jetzt die Würfel weg. Wenn du jetzt nicht unten bist, hast du ein Problem. Esel Horst. Ach Menno. Jetzt dringel mich nicht. Jetzt finde ich gerade den Eingang. So. Jetzt. Hier ist das Löchle. Laden. Ich habe noch nicht mal durchgeladen. Also deine Drohne ist schon wo unten. Halt. Andrina, ich habe doch was für dich. Wo bist du denn? Hier. Das ist schlimm, arme Crit. Nein. Nein, nein. Alles ist Wunderbärchen. Wir nehmen passend fein auf. Oh, ja. Dankeschön.